Diesmal habe ich Autogrammkarten dabei. Ich freue mich jedes Mal, Fans zu treffen. Wer ist als Erster? Schatz für Reiz. Aber ihr kommt nicht zur Schule, oder? Nein! Weil Schule ist wichtig. Hast du auch eine? Kann ich eine für meine Mama? Eine für deine Mama? Ja, kannst du. Das ist für deine Mama. Schönen Tag noch. Danke. Tschüss. Voll sympathisch, oder? Ja. Pulli unterschreiben. Pulli unterschreiben.